Der, die, das. Oder die im Plural. Setzen wir ein. Die Brille. Der Schuh. Die Nase. Das Wort. Die Sucht. Die Jagd. Der Bau. Und noch einmal. Die Brille. Der Schuh. Die Nase. Das Wort. Die Sucht. Die Jagd. Der Bau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Die Shopping. Die Schuh. Vielen Dank. Vielen Dank.